Hallo und Herzlich Willkommen, hier ist der Fanggeamer, wir sind nicht so gut, wenn wir schreiben, wir sind nicht gut, der speichert und funktioniert hat, wir übernehmen aber das Finale nochmal, bis morgen, wo sie die übernehmen, ihr Fisch! Wenn man den gut machen wird... Sam, verschwinde da! Bewieg dich! Bewieg dich! Bedankter Scheiß! Steh! 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 Oh! Steh! Fuck! Zwei weniger! In your face! Helena, das ist eine Nebeneinheit! Sieht aus, als hätte er sie ferngesteuert! Ja, und beide gleichzeitig zu kontrollieren! Ja, und er hat sie mit taktischen Atombomben vollgestopft! Es hat mich gefreut, sie kennenzulernen! Seid selbst! Diese Bomben schmeißen die ganze Kolonie aus dem Orbit! Lachen Sie im Ernst! Ich würde sie in die Rähne der Amerikaner zurückfallen lassen! Verdammt! Machen Sie sich liebe Sorgen darum, um sie zu lassen! Sie sitzen sozusagen in der ersten Reihe! Er sterbe ich, als zum Sklaven zu werden! Helena, ich bin unterwegs! Über dir befinden sich Rettungskapseln! Schnapp dir eine davon! Lecker! Na, dann schnappen wir uns! Die Rettungskapsel! Ich bin in der Rettungskapsel! Leite den Start ein! Leite den Start ein! Okay, Sam! Ich warte an der Rettungskapsel auf dich! Ich bin in der Rettungskapsel, für ihn mixingfelder und permet für anthropene Ggreatkejppen! Beauty und Grève! Was eigentlich das? Eller-oder!!! Machen Sie das! Sam! 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 Wo bist du? Sam! Nein! Gott, Er ist wie es schafften wir! Es gibt's zusammen! Wir müssen jetzt eben nicht empfehlen! Der der Kадdenkopf hat, wir müssen 좋아하 Porco... Das ist einfach nicht zufrieden! Das ist keine Worte! Sam Ich hoffe, du hast noch keinen Grabstein ausgesucht Sam, du lebst Beste Verletzt Ich helfe dir Helena Das mit dem Professor tut mir leid, Sam Ja, wir auch Eigentlich bin ich doch genau wie Burns Wir haben beide andere Leute für unsere Ideale geopfert Aber Sam, du hast so viel mehr Leute gerettet Ja 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 Mission ausgefüllt. Unser Aufstieg zur Macht ist geschafft. Weiter zur nächsten Phase. Das ist das Ende meiner Präsidentschaft. Fuck. So. Das ist jetzt nochmal noch der Abspann. Ein origineller Abspann, wie ich finde. Ich weiß das, weil ich das nochmal machen musste, weil ich wirklich unabhängig übersprungen bin in der Zwischensequenz. Mir war das immer ewig mehr, aber trotzdem sehr abschlussreich. Danke fürs Zuschauen. Ich bin auch Frank, wie man macht das. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.